Hallo und willkommen bei BILDNER TV. Habt ihr eine Microsoft Excel-Mappe erstellt und ihr wollt die vielleicht ein bisschen aufhübschen für eure Benutzer, für die ihr die erstellt habt, ein bisschen bequemer zum Bedienen machen? Zum Beispiel eben mit Bedienfeldern wie Buttons, die man drücken kann oder Pfeile a-rauf-runter, mit denen man sich zum Beispiel die Zahlenwerte einfach erhöhen oder verringern kann. Nun, das alles ist mit sogenannten Formularsteuerelementen möglich und die schauen wir uns heute an. Hallo, ich bin der Andi und ihr seid bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Und wir schauen uns mal wieder ein Thema aus dem großen Bereich Microsoft Excel an, und zwar die Formularsteuerelemente. Schöner aufgeblasener Name, was ist das eigentlich? Ja, das sind einfach nur Buttons, Knöpfe, auf die ich drücken kann, wo ich dann zum Beispiel ein Dropdown-Feld habe, wo ich mir aus einer Liste dann zum Beispiel gleich einen Wert aussuchen kann. Oder ich habe zum Beispiel ein Eingabefeld, wo ich zum Beispiel Werte von 1 bis 50 eingeben kann. Und dann habe ich einen Schiebregler, mit dem ich das ganz leicht einstellen kann. Also ich muss nichts reinschreiben, sondern muss einfach nur den Schiebregler bewegen und schon kann ich da Werte zwischen 1 und 50 einstellen. All diese Buttons, Knöpfe, Symbole, Dropdown-Felder, das sind Formularsteuerelemente. Ja, und die schauen wir uns eben an. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, ein ziemlich altes. Aber da mich jetzt in letzter Zeit einige Fragen zu diesem Thema erreicht haben, dachte ich mir, bevor ich jetzt diese Fragen beantworte, muss ich vielleicht für viele Zuschauer einfach nochmal die Grundlagen schaffen. Denn sonst könnt ihr vielleicht mit den kommenden Videos nicht so viel anfangen. Also legen wir los und schauen uns die Formularsteuerelemente an, wie ihr die bekommt, wie ihr die einsetzt, wie ihr die formatieren könnt. Und für viele, die jetzt denken, oh, das wird mir zu hoch. Nein, nein, wir bleiben ganz simpel und einfach. Ihr müsst nur ein paar Mausklicks machen und schon könnt ihr das ganz simpel nutzen. Und das Ganze könnt ihr auch nachlesen in unserem Buch zu Excel 2021. Und mit den Formularsteuerelementen sind wir schon im Aufbauwissen, also Stufe 2 Aufbauwissen. Wir haben das Buch natürlich auch nicht nur für die aktuelle Version, sondern auch für ältere Versionen, wie hier zum Beispiel für die Version 2019. Und für die meisten unserer Bücher bekommt ihr sogar hier Gratiskapitel, die ihr euch herunterladen könnt. Also einfach auf www.bildnerverlag.de gehen und navigiert zum jeweiligen Buch, das euch interessiert. Und dann hier unter dem Buch einfach die Gratiskapitel downloaden. Dann könnt ihr euch schon mal einlesen und schon mal viele Tipps kostenlos mitnehmen. Ihr könnt natürlich auch das ganze Buch kostenlos bekommen. Wie? Einfach einen Kommentar schreiben. Denn einmal in der Woche verlosen wir unter all unseren Kommentarschreibern ein Buch zur freien Auswahl. Also kommentieren und mit etwas Glück ein Buch gewinnen. Ja und ich gehe jetzt gleich mal in mein Excel. Ich habe hier eine leere Excel-Arbeitsmappe. Und wir wollen jetzt dann so Steuerelemente einfügen. Wo finde ich die? Ja, wenn ihr ein Standard-Excel benutzt, wo ihr noch nichts zusätzlich aktiviert habt, findet ihr sie erstmal gar nicht. Denn ihr braucht hier oben eine Registerkarte. Also dort oben, wo Start, Einfügen, Seitenlayout und so weiter steht. Da braucht ihr nämlich die Entwicklertools. Die sind von Haus aus deaktiviert. Die findet ihr nicht. Aber die können wir aktivieren. Ganz einfach. Und zwar, ihr geht einfach hier oben ins Menüband, sucht euch eine leere Stelle, so wie ich hier ganz rechts, klickt mit der rechten Maustaste und geht auf Menüband anpassen. Das, was ich euch jetzt zeige, gilt übrigens für alle neueren Versionen ab der Version 2007. Also ich denke 99% von euch werden irgendeine Version ab 2007 benutzen. Und ja, genau so könnt ihr alle dann die Entwicklertools aktivieren. Es öffnet sich dieses Fenster hier und in dem Fenster geht ihr einfach auf die rechte Seite. Dort seht ihr die ganzen Registerkarten. Start, Einfügen, Seitenlayout. Und da sind nur ein oder zwei nicht aktiviert. Bei den neueren Versionen, die Zeichnen, das Zeichnenregister, das gibt es in den älteren nicht. Und auf alle Fälle, die gibt es auch in allen älteren Versionen, die Entwicklertools. Die schalte ich ein, hier draufklicken, Haken ist aktiviert, mit OK bestätigen und schon findet ihr hier oben im Menüband oben die Register, die Entwicklertools. Klickt ihr dann auf Entwicklertools, habt ihr hier in der Mitte den Punkt Einfügen. Und wenn ich hier auf den Pfeil klicke, bei Einfügen, dann zoome ich jetzt hier mal näher ran, gibt es da die Formularsteuerelemente und die ActiveX-Steuerelemente. Ihr seht, wenn ihr die beiden Symbole da vergleicht, die oben und unten stehen, dass das ziemlich ähnlich aussieht. Wir beschäftigen uns nur mit den Formularsteuerelementen. Die ActiveX-Steuerelemente sind im Grunde ziemlich ähnlich. Nur ist es da so, dass ihr eigentlich zum Beispiel mit VBA noch was hineinprogrammieren müsst. Deswegen lassen wir die außen vor und nehmen nur die Elemente, die ihr wirklich ganz simpel nutzen könnt. Und das sind, wie gesagt, hier oben die Formularsteuerelemente. So, ich zeige euch nur ein paar, nicht alle. Ich zeige euch die wichtigsten. Und was kann ich jetzt damit machen? Nun, das, was ich sehr, sehr häufig sehr praktisch finde, ist ein Dropdown-Feld, wo ich mir einfach auf einer Liste was aussuchen kann. Und dafür müsst ihr erstmal eine Liste erstellen. Das kann auf einem extra Tabellenblatt sein. Ich mache das hier auf dem selben Tabellenblatt. Und zwar schreibe ich hier einfach mal ein paar Namen. Nehme jetzt einfach mal Automarken. BMW, Porsche, Audi, VW, Opel, Toyota. So, das soll reichen. Und ihr werdet später sehen, warum ich da eine Nummerierung davor mache. Bei all solchen Listen empfehle ich grundsätzlich eigentlich immer, dass ihr euch vorne eine Nummerierung dazu macht. Also einfach 1, 2, 3 und so weiter durchnummerieren. Denn dann könnt ihr später mit der Funktion S-Verweis ganz einfach Daten abfragen. S-Verweis möchte ich an der Stelle jetzt nicht erklären. Neuere können auch die Version X-Verweis benutzen. Damit kann ich dann abrufen, die Nummer 3 ist Audi, die Nummer 5 ist Opel. So, und jetzt will ich so ein Steuerelement, wo ich mir einfach aus einem Dropdown-Feld aussuche. Ja, aus dieser Liste. Dazu geht ihr auf Einfügen. Und ihr seht dieses Dropdown-Feld. Da gibt es ein Listen-Feld, Formularsteuerelement. Und es gibt hier ein Kombinations-Feld. Und ich nehme dafür das Kombinations-Feld her. Dann seht ihr, hat sich der Mauszeiger in so ein kleines Kreuz verwandelt. Und da geht ihr jetzt einfach an eine Stelle, wo ihr das Feld einfügen wollt. Und zieht mit gedrückter linker Maustaste ein Feld auf. So, linke Maustaste gedrückt halten und aufziehen. So, und jetzt habt ihr hier dieses Dropdown-Feld. Ihr seht die Punkte. Ihr könnt es jetzt hier noch größer und kleiner schieben, dass ihr das anpasst. Und wenn ihr mit drauf geht, könnt ihr es mit gedrückter Maustaste auf einen anderen Ort schieben. So, ich lasse das jetzt mal hier. Jetzt müssen wir natürlich noch festlegen, was kann ich mir hier auswählen. Das macht ihr immer bei all diesen Formularsteuerelementen mit der rechten Maustaste auf das Feld. Und im Kontextmenü wählt ihr dann ganz unten den Punkt Steuerelement formatieren. Also hier ganz unten Steuerelement formatieren. So, das mache ich jetzt. Dann öffnet sich ein eigenes Fenster. Und in diesem Fenster könnt ihr oben Größe, Schutz. Ich bin jetzt oben bei den Registern, könnt ihr viele Sachen einfach mit Werten festlegen, wie zum Beispiel wie groß das sein soll. Aber alles, was den Inhalt betrifft, was ich mir da auswählen kann, macht ihr über den Punkt Steuerung. Das ist also der Wichtige, um die Inhalte auszuwählen. Ja, und ihr seht, hier gibt es einen Eingabebereich und eine Zellverknüpfung. Ja, und mein Eingabebereich, der ist ganz klar. Das sind hier BMW, Porsche, Audi und so weiter. Einfach meine Zellen, die markiere ich hier. Und die Zellverknüpfung, sprich meine Ausgabezelle, wo das Ergebnis erscheinen soll, da nehme ich jetzt mal die Zelle A3 hier rüben. So, wie viele Dropdown-Zeilen will ich haben? Acht Stück. Ich kann hier mehr oder weniger eingeben. Ich lasse einfach mal die Acht. Und 3D-Schattierung, da wird einfach das Feld noch so ein bisschen 3D hinterlegt. Das ist einfach nur eine optische Sache. Ja, mit OK bestätigen. Und schon habe ich das Dropdown-Feld. Das Letzte, was ihr machen müsst, ihr klickt irgendwo in die Leere. Und jetzt ist das Dropdown-Feld aktiv. Das heißt, ich kann auf den Pfeil klicken. Habe jetzt hier eine Auswahl. Und ihr seht, in der Auswahl ist meine Liste. Und jetzt suche ich mir hier mal zum Beispiel den Audi aus. Und dann wird das Ergebnis hier drüben ausgegeben. Und was steht da? Nun, ihr seht, da steht jetzt eine 3 drinnen. Denn wenn wir schauen, einfach wenn wir hier zählen, BMW ist das Erste, Porsche das Zweite, Audi der Dritte. Und das ist die 3, die hier ausgegeben wird. Deswegen haben wir auch noch die Nummerierung davor angefügt. Also das, was hier ausgegeben wird, das hat nichts mit dieser Nummerierung zu tun. Ganz wichtig. Wenn ich die weglösche, würde da trotzdem eine 3 stehen. Einfach weil Audi das Dritte von oben ist. In meiner Liste. Aber danke dem, dass ich das jetzt hier noch nummeriert habe, kann ich zum Beispiel jetzt mit einem S-Verweis, X-Verweis, kann ich mir jetzt raussuchen, dass die Nummer 3 der Audi ist. Oder zum Beispiel den Preis, der dahinter liegt ist. Oder die Farbe oder was auch immer ich dann noch nachfolgend an weiteren Daten in meiner Tabelle hier eingegeben habe. Also ganz simples Dropdown-Feld. Wie kann ich das jetzt übrigens wieder bearbeiten, zum Beispiel in der Größe, Position? Nun, einfach mit der rechten Maustaste draufklicken. Dann öffnet sich hier das Kontextfeld. Das brauche ich aber gar nicht. Jetzt kann ich hier, wenn ich einfach nochmal hier draufklicke auf das Feld, kann ich es wieder verschieben, größer, kleiner ziehen. Je nachdem, wie ich es brauche, wie ich es haben möchte, kann ich das entsprechend anpassen. Ja, und genau so funktioniert eigentlich jedes weitere Steuerelement, das ihr da habt. Das heißt, ihr geht auf Entwicklertools, geht auf Einfügen, sucht euch das Steuerelement aus, zeichnet es. Dann könnt ihr mit rechter Maustaste Steuerelement formatieren, die Werte festlegen. Ihr könnt es immer vergrößern und verkleinern und verschieben, wenn es einfach mit der rechten Maustaste anklickt. Ja, und dann einfach irgendwo in eine andere Zelle klicken. Dann ist das Feld nicht mehr aktiv zur Bearbeitung. Und dann könnt ihr es ganz schlicht und einfach verwenden. So, wäre das schon alles zum Thema Steuerelemente? Nein, denn man nimmt es ja häufig her, um sich Formulare zu basteln. Und was macht man bei Formularen? Man schützt eine Mappe oder man schützt sein Tabellenblatt, dass da drin nichts bearbeitet werden kann, außer den Eingabefeldern, die ich mir auswähle. Deswegen ist es wichtig, wenn ich so ein Formularfeld habe, dann klicke ich das mit der rechten Maustaste an, gehe wieder auf Steuerelement formatieren und ihr habt immer bei diesen Steuerelementen den Punkt Schutz hier oben. Und ihr seht, bei Schutz steht gesperrt, das ist aktiviert. Das bedeutet, wenn ich jetzt mein Tabellenblatt schütze, also den Schutz einschalte, dann kann ich auch dieses Steuerelement nicht verwenden, da es gesperrt ist. Dementsprechend der Rat, alle Steuerelemente, die ihr verwendet, geht auf den Punkt Schutz und schaltet das gesperrt aus, denn nur so könnt ihr die bei einem geschützten Tabellenblatt dann auch noch sicher verwenden. Und was ihr auch machen solltet, um auch eventuell da eingreifen zu können, sind die Zellen, wo das Ergebnis rein soll. Auch die solltet ihr mit Rechtsklick und Zellen formatieren. Auch da solltet ihr auf Schutz gehen und diese Ergebnisszellen entsperren, damit da auch reingeschrieben werden kann und zur Not auch eine manuelle Eingabe erfolgen kann. So, das wäre eigentlich schon fast das Wichtigste gewesen. Wir schauen uns noch ein, zwei Formularfelder an. Die gehen ganz schnell. Und vielleicht an der Stelle für euch die Möglichkeit, unseren Kanal zu abonnieren. Klickt einfach auf Abonnieren und aktiviert die Glocke. Dann unterstützt ihr uns und ihr verpasst keins unserer Videos. So, wir nehmen noch mal ein Formularfeld. Ich gehe auf Entwicklertools, Einfügen, Formularsteuerelemente und diesmal nehme ich mir ganz simpel hier ein Kontrollkästchen. So, ich klicke das an und jetzt kann ich hier ein Kontrollkästchen aufziehen. So, da ist immer ein Text dabei. Ihr seht, da steht Kontrollkästchen 2. Und wenn ich hier mit der rechten Maustaste draufklicke, dann kann ich hier den Text bearbeiten. Da kann ich das zum Beispiel umbenennen. So, zum Beispiel, wenn ich frage, ist jemand verheiratet? So, und was ich jetzt noch mache, mit rechter Maustaste, gehe ich wieder auf Steuerelement, Formatieren und ich gehe wieder auf Steuerung. Wichtig, auch beim Schutz, Gesperrt, ja, das Gesperrt rausnehmen, damit das später benutzt werden kann. Und bei Steuerung, da gebe ich an, Zellverknüpfung, wo soll das Ergebnis rein? Da sage ich jetzt hier mal B7, hier daneben. Okay. Ja, und jetzt können wir das Ganze benutzen. Ich klicke mal weg und jetzt kann ich das aktivieren oder deaktivieren. Und ihr seht, je nachdem, ob ich es aktiviere oder deaktiviere, steht hier in B7, wahr oder falsch. Also die Frage, bin ich verheiratet? Verheiratet, ausgeschaltet, falsch, ich bin nicht verheiratet, eingeschaltet, wahr, ich bin verheiratet. Ja, und damit kann ich natürlich zum Beispiel mit einer Wenn-Dann-Funktion weiter arbeiten. Also ihr seht, so kann ich Formularfelder ganz simpel und einfach nutzen und in ein paar kommenden Videos werde ich einige dieser Formularfelder auch noch hernehmen, denn da gab es einige Fragen dazu, die ich dann beantworten möchte. Ja, aber das in den kommenden Videos, die ihr hier auf Böckner TV sehen werdet. Ich freue mich schon drauf. Liken nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.